Kommen wir zum Bereich Kommunikation. Wir kennen es alle. Wir sind im Urlaub zwei oder auch mal drei Wochen und kommen dann zurück, checken unsere Mails und checken auch unsere Teams-Kanäle. Hier kann es sein, dass wir Kanäle haben, in denen sehr viel passiert ist und wo es sehr zeitaufwendig ist, den ganzen Verlauf durchzugehen und nach den neuesten Informationen zu checken. Hier gibt es jetzt Teams Co-Pilot und wie Sie diesen nutzen, zeige ich Ihnen jetzt. Ich befinde mich jetzt in einem unserer Teams und kann jetzt hier, wie gesagt, gerne den ganzen Verlauf durchforsten und gucken, was waren die Highlights der letzten sieben oder 30 Tage. Ich kann aber auch den Co-Pilot nutzen. Dafür gehe ich oben rechts in die Ecke auf das Co-Pilot-Icon und kann jetzt eben hier diesen nutzen. Weiter unten befindet sich die Option Weitere Prompts und ich wähle jetzt einfach mal Highlights der letzten sieben Tage aus. Und schon werden mir die Highlights zusammengefasst, die Haupterkenntnisse und eine kleine Zusammenfassung. Und ich kann jetzt auch weiter mit dem Co-Pilot arbeiten und zum Beispiel sagen, fasse mir diese Ergebnisse in einer Tabelle zusammen. Und schon fasst mir der Co-Pilot die Erkenntnisse zusammen. Wir sehen es hier und wir sehen auch auf der rechten Seite die Spalte Link. Und da, wenn ich dort draufklicke, komme ich eben zu dem entsprechenden Ergebnis oder zu der Erkenntnis, aus der mir Co-Pilot diese Tabelle zusammengestellt hat. Ich kann also wirklich hier Co-Pilot nutzen und muss nicht zeitaufwendig den ganzen Verlauf selbst durchforsten und mir die Erkenntnisse zusammenstellen lassen. Ja, das war eine Funktion von Microsoft Co-Pilot in Teams. Da gibt es natürlich noch wesentlich mehr, die sich wirklich lohnen zu nutzen. Wenn Sie Fragen dazu haben zu Microsoft Teams und Co-Pilot, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir beraten Sie gern.